Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns mal etwas Spezielleres an und zwar ein Ladegerät für den nächsten Urlaub. Das heißt ich brauche nur ein Ladegerät in der Hoffnung zumindest für zwei Geräte und ein dazu passendes Ladekabel. Das ist auf alle Fälle passend, denn das geht bis 100 Watt. Da habt ihr wirklich sehr vieles versorgt, egal ob Tablet, Smartphone oder Notebook. Im Notfall dauert es natürlich ein bisschen länger, aber es ist hier vorhanden. Und dieses Kabel ist natürlich besonders und warum es besonders ist, zeige ich euch in diesem Video. So, wie vorhin schon erwähnt, es geht hier einmal um ein Ladegerät von Ugreen. Das ganze ist 45 Watt Ladegerät mit zwei separaten USB-C-Ausgängen. Das heißt ihr könnt einfach mal von USB-C auf Lightning und vor allem auch von USB-C auf USB-C. Da würde ich euch natürlich hier eine kleine Spielerei zeigen. Und zwar hat dieses sogenannte USB-C-Kabel auf USB-C ein Display und sagt dazu, wie viel Watt hier wirklich durchgeht. Das werden wir gleich einmal testen und vor allem auch gleich einmal auspacken. Also einmal kurz auf die Seite geschwenkt und hier fangen wir mal an. Wie schon vorhin gesagt, es ist hier ein Ugreen-Netzteil und zwar Power Delivery. So nennt sich das genau 45 Watt haben wir Ausgangsleistung, entweder beim ersten USB-C oder beim zweiten USB-C. Ist geeignet für Laptop, Smartphone, Tablight. Also wie schon gesagt, Kopfhörer, ihr könnt hier wirklich alles damit laden. Sonst steht eigentlich nicht irgendwas Wichtiges wieder mit drauf. Da kann ich euch nochmal sagen, hier stehen die einzelnen Specs. Ich schneide das jetzt einmal gleich auf und dann blende ich euch das daweil ein, die einzelnen Specs davon, damit ihr euch ein bisschen was darunter vorstellen könnt. Einmal die Folie weg, weil sonst spiegelt das immer bei dem Licht so komisch. Und zwar haben wir hier eben die einzelnen Specs liegen, was halt eben wirklich das gute Teil kann mit 45 Watt Ausgangsleistung und Bibabob. Ist ja bei ihm für einen ganz normalen Kunden jetzt nicht relevant, wichtig ist, dass das Teil ladet zuversichtlich und nicht irgendwie extremst lange. Weil auf Reisen sollte es natürlich klein und kompakt sein, weil der Rucksack halt eben nicht zu viel mit hineingeht. Na komm, lass dich doch endlich öffnen, mein kleines gutes Schätzchen da. So, das kommt einmal so an, die Beschreibung ist hier einmal nicht mit drinnen, sondern das eigentliche Netzteil. Ich glaube, eure Beschreibung ist darunter. Ob man die jetzt wirklich braucht, ist einmal dahingestellt. Denn ich glaube, anschließend an den Strom und ans Endgerät sollte jeder mittlerweile beherrschen. Ja, ich habe nochmal Bilder gezeigt davon, aber es ist nicht wirklich relevant und vor allem auch nicht brauchbar. Jetzt haben wir da nochmal User. Da ist noch irgendwas Wichtiges drinnen. Na, ist auch nicht Wichtiges drinnen. So sieht das gute Teil mal aus. Es ist in grau matt gehalten, finde ich gut, dass es nicht glänzend ist. Somit sind Fingerabdrücke auf alle Fälle nicht gleich ersichtlich. Ja, kompakt ist es auf alle Fälle, für dass es zwei Ausgänge hat. Da passt es gut in meine Hand hinein. U-Creen steht drauf. U-Creen ist auch drinnen. Hier steht es dann noch einmal detailliert drauf, dass sich das natürlich um ein C-Berufzeichen handelt. Und halt eben die 45 Watt. Sonst kann man ja gar nicht wirklich sagen. Packen wir einmal das andere Teil aus. Von welcher Marke kommt das? So, Mac Dodo. Ich glaube, das spricht man so aus. Mac Dodo wäre nicht. Ist es ja auch nicht so wirklich notwendig. Da habe ich das so schön aufgerissen, dass ich mich jetzt im Endeffekt extrem plage. Da hat es aber auf ordentlich Fälle ein bisschen hineingekackt bei mir. So, da haben wir auch eine kleine User Guide mit drinnen. Was haben wir da drin? Alle Sprachen, nur am unteren nicht. Ja, also das bringt uns jetzt so auch nichts. Oh, das ist auf alle Fälle cool. Das ist mit Stoffvermantelung. Also es wirkt auf alle Fälle sehr robust. Na, wo lasst du dich aufmachen? So, auf der Unterseite. Zack, zack, zack. Das hängt gleich drauf am Kabel. Braucht das auch nicht irgendwie mitlaufen lassen, etc. Das finde ich auch gut. Von der Länge her, was würde ich da jetzt sagen? Ja, was hat das Ganze? 1,20 Meter vielleicht? Was wir hier auf alle Fälle aus Besonderheit haben, habe ich schon vorhin erwähnt. Wir haben hier auf einer Seite ein Display drauf. Somit sehen wir, wie viel von der Wattleistung kommt in unser Endgerät hinein. Es kommt natürlich immer darauf an, wie viel Watt vertragt euer Endgerät. Und deswegen kann man das natürlich hier ein bisschen Probe machen. Wir werden das natürlich einmal Probe machen bei einem MacBook Pro 16 Zoll mit M1 Chips. Und dann einmal mit einem M1 Chips und zwar das iPad Pro, was jetzt gerade bei mir liegt. Dann steckt man das gleich einmal da rein. Zack. Zack. Also ihr seht schon, das Ladegerät an sich hätte 45 Watt. Hinein gehen aber sozusagen sogar 51 Watt. Ja, also ist auf alle Fälle so, dass ein bisschen mehr Leistung da ist. Und wie gesagt, es sind beide Ports mit 45 Watt. Also ihr könnt das eigentlich aussuchen, ihr kommt immer auf die 45 Watt. Wir haben sogar hier 51 Watt. Also das finde ich schon mal super. Dann hätten wir noch einmal das iPad, habe ich vorhin erwähnt. Da habe ich jetzt nicht das passende Ladekabel dazu. Ist aber auch nicht wirklich tragisch, denn wir schauen einfach mal, ob sich das ändert, wenn wir das Ganze auch hier reinstecken. Zack. Und dann schauen wir mal, ob es das Lied und ob dann die Wattanzahl definitiv runter geht. Sollte ja vermutlich meistens der Fall sein. Und tatsächlich, wir haben hier nur noch 28 Watt. Also beides gleich nutzen mit 45 Watt ist hier nicht möglich. Soviel ich aber weiß, ist es bei anderen Herstellern, die was so ähnliche Netzteile machen, auch auf alle Fälle nicht möglich. Es gibt immer einen Port, der erreicht die 45 Watt. Sobald etwas dazu steckt, wird das Ganze gesplittert bzw. geteilt. Und da kriegt dann jeder ein bisschen Strom davon ab. Aber wie schon gesagt, das ist eigentlich hier ganz, ganz, ganz normal. Und so soll es ja auch vor allem sein. Und dann würde ich einmal sagen, testen wir hier das Ganze noch einmal. Wir haben hier nämlich noch ein Netzteil mit dabei. Jetzt werden wir gleich mal schauen, ob hier eine andere Wattanzahl hinaus kommt. Gucken wir mal. Und ihr seht schon, hier kommen nur noch 22 Watt hinaus. Wie halt eben, wenn wir das Ganze auf doppelt benutzen. Da kommen auch hier 22 Watt hinaus. Also das ist auf alle Fälle ein etwas schwächeres Netzteil. Und zu guter Lett schauen wir noch einmal das Netzteil an. Das, was ich damals gekauft habe für meine iPhones. Weil das Originale mit 5 Volt einfach viel zu wenig war. Wie ihr seht, auch hier haben wir 22 Watt. Also die Netzteile an sich sind wirklich, wirklich, wirklich sehr, 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 sehr ähnlich und identisch. Da kann man definitiv nichts mehr dazu sagen. So, wenn noch irgendwelche Fragen kommen, eventuell zum Netzteil oder zu dem Ladekabel, habe ich eben unten alles wieder verlinkt. Und wenn ihr halt, wie schon gesagt, noch irgendwas genaueres wissen wollt, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und ich werde es euch so gut es geht wie immer beantworten. Und dann würde ich sagen, das war es jetzt wieder mit dem Video. Ich sage wie immer, danke und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.